willkommen zurück liebe captain of industry fans jetzt ist es soweit das kernkraftwerk gebaut ich habe ein kleines bisschen offline gespielt und zwar habe ich den dünger verdoppelt dabei ist mir aufgefallen nachdem wir jetzt ja weit im spiel sind und ich die blaupause noch mal gesetzt habe dass die ursprungsblaupause tatsächlich schon mit chemiewerk zwei und und elektrolyseur zwei grundsätzlich geplant war genauso wie der mischer zwei als ich die damals gesetzt habe wurde das vom spiel runter skaliert auf die einsam weil ich die zwei zu dem zeitpunkt und ich hatte also grundsätzlich habe das einfach mal ich hatte ja diesen hinteren teil also ab hier das hier das hatte ich ja schon stehen schon mal stehen das habe ich dann abgerissen habe dann hier alles aufgewertet so dass wir quasi wieder die gleiche menge hatten wie vorher und habe dann einfach den ganzen teil ohne die säureproduktion also ohne die beiden teile hier noch mal hier daneben gestellt habe hier ein bisschen das wasser umgebaut sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus weil ich hier vor dem tank das wasser hier kurz abzwicke aber sonst hätte ich hier von hier hinten kommen müssen und dann hätte ich das hier so außenrum legen müssen weil ich das einfach ein feld zu nah ran gebaut habe das war fehler von mir aber es wurscht hier kommt das wasser an die an die mühlen ran das ist wunderbar das habe ich gemacht währenddessen wurde hier aufgeschüttet jetzt ist die fläche da es wird hier gerade auch ein bisschen weggebaggert also ich habe meine bagger von dem von dem turm hier mal um gesetzt weil der ganze dinger hier sehr abgebaut hier wäre noch ein bisschen was was wir weg machen könnten weil da ist ja glaube ich nichts drin da wäre nichts drin die habe ich jetzt dem hier zugeordnet weil ich möchte natürlich auch hier immer so schön im schwäbischen sagt der buckelnuff weshalb ich das so ein bisschen im serpentine style plane ich habe jetzt hier mal angefangen hier fangen sie jetzt an hier sollen sie jetzt hier aufschütten hoch hoch baggern wie man es auch immer nennen mag sich da hocharbeiten und dann denke ich werde ich als nächstes so hoch gehen und dann wieder so hoch gehen und dann eventuell noch mal so gehen bis ich dann halt letztendlich hier oben ankommen auf diesem plateau und dann können wir das ganze hier beackern das hat aber zeit weil wir haben ja keine rohstoffprobleme des weiteren habe ich jetzt hier ganz hinten hier oben genau hier war es ein neues aufschüttungsgebiet gemacht weil ich jetzt momentan noch nichts weiteres brauche das ist zwar eine hölle weiter weg aber hier sollen sie jetzt mal anfangen aufzuschütten ich habe es versucht hier irgendwie so ein bisschen ich habe es versucht ich sehe gerade dass ich hier ein ein ding vergessen habe so dass dass wir hier dann hochkommen und auf dieses inselchen zugriff haben da ist nämlich auch noch ein bisschen was drauf dass man riesen kohle vorkommen drauf bisschen sand haben wir kalkstein kleines bisschen kupfer ja aber noch ordentlich eisen wäre auch noch ein bisschen kalkstein gold haben wir ja schon erschlossen das können wir uns da auch noch machen hier behalten riesen 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 großes eisenerz und kupfer vorkommen wobei kupfer habe ich ja eh noch keine probleme haben wir hier noch ein riesengroß vorkommen das werden wir nicht mal ansatzweise bearbeitet haben also von dem her haben wir da noch jede menge zeit ja jetzt werden wir hier hinten dann erstmal das atomkraftwerk platzieren gemeinsam mit der wasserversorgung dann habe je nachdem wie schnell das geht habe ich gerade eben noch überlegt dass wir dann an die imbis produktion rangehen und zwar habe ich mich dann letzten endes für die fürs popcorn entschieden also mit mais salz haben wir ja da speise öl müssen über raps produzieren kunststoff haben wir noch da das kriegen wir auch irgendwie relativ schnell darüber dann kommt der imbiss raus weil hier kommen 48 raus hier nur 36 wenn was mit der kartoffel machen natürlich wächst die kartoffel auch schneller wie wieder mais das heißt chips werden schneller da aber weniger deswegen habe ich gesagt machen lieber mais da kriegen wir mehr den bedarf sehe ich leider noch nicht solange wir nicht das erste mal geliefert haben weiß ich nicht wie viel ich brauche ah drallo schönen guten abend hi da kriegen wir auch noch ein bisschen biomasse können wir verheizen ich habe mich gegen gegen den kuchen entschieden der hier oben ist zwar die frage zwischen zwischen chips und kuchen hat den einfachen grund ich habe zwar mail ich habe zwar zucker ich hätte eier aber ich müsste speise öl und obst machen hier muss ich mais und speise öl machen ich die eier müsste ich abzwacken dann wird sie nicht mehr als separate ware geben ich weiß nicht ob ich alles abzwacken müsste aber teil davon zucker habe ich momentan ja eigentlich oben in meiner medizin und ethanol produktion drin wenn ich den abzwack habe ich eventuell zu wenig dafür weil das ist ja alles dafür ausgelegt und mehl müsste ich auch separat machen das würde dazu führen dass ich noch weniger überschuss aus den weizenfarmen habe und somit noch weniger tierfutter herstellen kann deswegen habe ich mich jetzt für das popcorn entschieden beziehungsweise für den imbiss so das wird so die nächsten zwei drei folgen passieren jetzt setzen wir uns erstmal hier das kernkraftwerk hin so da ist es wunderschön wird sogar hier so quer mittlerweile hin passen aber quer machen wir es nicht hier hinten müssen wir hier müssen wir was abholen ich glaube ich setze das ganze so oben hin dass man da vielleicht noch vorbeifahren können genau muss er nicht direkt an die küste hin so hier ist jetzt momentan noch kein wasseranschluss dran den müssen wir noch setzen ansonsten ist hier eigentlich alles dran das hier ist genau giftiger schlamm filter material müssen wir allerdings auf filter material müssen wir noch herstellen stimmt da war was das habe ich ja noch gar nicht habe ich habe ich das beim gold mit dabei was braucht denn das eigentlich moment was braucht denn das anstelle jetzt muss ich gerade mal kurz gucken 720 haben wir da 404 haben wir da gummi haben wir da die weißen haben wir da die roten oh die roten reichen gerade so und beton reicht auch ok bauen können wir es das ist schon mal gut so jetzt ist natürlich wieder geil das grau auf grau so was ist hier drin hier kommt das uran erz gut das sollte man natürlich auch abbauen da fällt mir gerade sein ich habe da noch ein bisschen was vergessen obst kann man auch direkt in die stadt versorgen kannst du ja später noch kuchen machen ja vielleicht später noch aber jetzt zu beginn ich habe beides noch nie gemacht so hier ist übrigens ein säure anschluss das weiß ich noch was kommt hier ein gestein okay ja das passt mit gestein und säure machen die flurstoffe und die schlacke die schlacke wird dann hier abtransportiert hier darf nichts abgeliefert werden moment das stellen wir mal kurz ein so schlacke leeren hier kommen die flurstoffe die dann hier wiederum rein laufen das ist okay hier wird das zerkleinete uran erz okay ja das läuft dann hier weiter yellow cake und der giftige schlamm und der wird eigentlich hier geklärt allerdings brauche ich hier die filter materialien die ich noch nicht mache und wie gesagt uran erz habe ich ja auch noch nicht da das habe ich ehrlich gesagt völlig vergessen und hier kommt dann das abgereicherte uran rein mit dem muss ich auch noch was anstellen aber ich kann es ja trotzdem schon mal bauen kann ja dann ist muss ich mal gucken habe ich die ich die filter filter elemente ja natürlich hier könnte ich theoretisch sogar hierhin pflanzen wenn das jetzt mal kurz hier hin die bagger sind da jetzt nicht eingebauten sind sie nicht nur kurz gucken hier kommt gestein rein genau das 8 das war hier mein meine rundell lösung ich erinnere mich rechtshand kies kohle genau dann wird werden hier die werden hier eigentlich die filter elemente gemacht genau und dann landen hier die filter elemente unter f wie vogel wo ist es denn hier so die anlieferung kann mir ausmachen so und jetzt könnte ich das ja eigentlich direkt per band hierüber liefern dann läuft es aber aus dem hauptlager die ganze zeit raus momentan braucht es allerdings noch nirgends wo können wir denn die filter elemente noch gebrauchen in der abwasseraufbereitung da kann ich sie noch mit einsetzen anstatt kohle war das oder moment dann fahren wir mal geschwind rüber das benutze ich jetzt lach anstatt sand gut da braucht man mehr chlor sehe ich gerade es kommt mehr wasser bei raus ok meint ich sehe gerade das wasser wird hier gar nicht abgenommen doch 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 läuft läuft schon ab ok ja ne passt alles ok das weiß noch nicht ob ich das jetzt umstelle weil sand habe ich eigentlich noch genügend und da bräuchte ich ja mehr chlor gut wie gesagt es würde mehr wasser und mehr schlamm natürlich bei raus kommen ok aber da müssen wir natürlich erstmal das bauen im prinzip ist es eigentlich gar kein so schlechter platz hier da hätte ich mir hier noch im moment ich muss nur schauen ob ich mir da platz für eine rampe gelassen habe ne natürlich nicht das bedeutet ich sollte es eigentlich ja eigentlich mal wegschmeißen weil ich jetzt irgendwas weggenommen habe und das ganze vielleicht so abstandstechnisch ich weiß nicht ob die rampe da stehen bleibt darum geht es mir aber jetzt gerade gar nicht sondern einfach nur dass ich platz lasse so passt es nicht mehr hin was das band nicht hin so passt hin allerdings bin ich dann hier ziemlich papp am könnte ich hier unten durchführen wenn ich es wollen würde sohle sohle könnte ich natürlich auch direkt hier anliefern lassen warum ist hier überhaupt sohle drin achso hier kommt ne hier kommt so doch hier kommt sohle rein genau um wasser und schlacke zu machen aus dem giftigen schlamm sohle könnte ich natürlich auch direkt anliefern lassen weil jetzt kommt ja noch die wasserversorgung hierhin die ich dann auch hier verbinde was mich halt ein bisschen stört ist dass das im moment aber ich kann ja natürlich kann ich ich kann ja das ganze das ganze noch ein bisschen rüber nehmen dann hätte ich nämlich hier mehr platz und könnte das hier zu platzieren hier ärgere mich halt ich will kein durchgangslager machen aber ich könnte ja wieder moment dass das aber das könnte ich ja regeln so dass sie das abnehmen können hier könnte ich ja so ein so ein lager einbauen was war das ist war so kann ich das hier machen wie bei meinem brot so ein zwischenlager machen aus dem man was entnehmen kann das alle überschüssigen dinge moment und das lager das drehen wir einfach dann wird das hier in priorität geradeaus und hier ist priorität von hier und der überschuss geht dann hier ins lager rein und dann kann man von dem lager dann auch immer wieder was abholen falls ich eben die filtrelemente dann später mal in der abwasserrecycling im abwasserrecycling verwende so ist jetzt mal der plan so dann könnte ich allerdings die filtrelemente hier schon mal bauen weil die müssen sich ja dann schon mal aufbauen eine abholung kann man hier allerdings auslassen aber man sollte es vielleicht versuchen voll zu halten allerdings momentan habe ich glaube ich gar kein gestein weil hier nämlich kalkstein abgebaut wird und das kalkstein lager hier drüben ist quasi voll ich verbessere das mal kurz damit hier mehr gelagert werden kann sonst kriegen die lkw ist das ja gar nicht los so und dann fehlt jetzt hier noch letzten endes die wasserversorgung hier brauche ich ja kein so ein riesen ding ich glaube die kleine habe ich mir tatsächlich nicht als blaupause gemacht mal kurz schauen wasserversorgung 1 und wasserversorgung 2 ok ja das habe ich doppelt etanol wartung wartung forschung fischung siedlungs ja gut die siedlungswasserversorgung das ist aber mit mit entsorgen nee das habe ich nicht separat das bedeutet ich kopiere es mir einfach von hinten weil da reicht ja diese die kleine variante hier und zwar der bereich hier der reicht ja so und da da wir ja gelernt haben dass sie auch die kleinste wasserpfütze unendlich wasser hat können wir das ganze jetzt sowohl hier verschütten wie auch hier reinschütten äh hier verschütten wie auch reinschütten ja das ist mal wieder äh ne ihr wisst wir könnten es hier rein machen wir können es aber auch hier hin machen weiß ich das dann doch irgendwann dort zuschütten möchte ich da noch irgendwas bauen will ganz irgendwie besser wenn ich es hier hin mache so zum beispiel hätte ich hier die sohle die ich hier benötige die könnte ich nämlich dann hier direkt rüber fahren dann bräuchte man nämlich hier auch nichts anliefern da brauchen wir hier nichts anliefern hier nichts anliefern ähm ich habe hier nur jetzt wasser das rauskommt das ich dann noch verarbeite und ich habe auch die schlacke warum habe ich das eigentlich nicht in der blaupause mit drin da bin ich jetzt dann doch ein bisschen überrascht also die ein oder andere blaupause bei mir ist nicht so perfekt die ich mir da aus einem anderen spielstein gezogen habe weil ich wahrscheinlich die blaupause erstellt habe und dann die änderungen erst im nachgang gemacht habe so hier kann man rüberfahren könnte theoretisch das abgereicherte uran entsorgen wenn ich auch noch nicht weiß was ich damit machen soll ähm hier müssen wir jetzt natürlich noch ähm okay im moment ich bin auch ein idiot also so ein bisschen zumindest ähm ich platziere jetzt hier wunderbar mein kernkraftwerk und jetzt jetzt in der sekunde tatsächlich fällt mir ein das gibt ja nur dampf aus und der dampf muss da zu den turbinen ich voll horcht ähm die turbinen muss ich natürlich auch noch betreiben gut ich meine es wäre relativ einfach hier rüber zu ziehen und die turbinen hier hin zu stellen aber dann äh gut solange ich das uran natürlich noch nicht abbau bringt es mir eh nichts da muss ich noch was aufschütten aber das ist natürlich echt herrlich meine gut rein theoretisch kann ich ein rohr irgendwo durch die walachei äh bis sogar bis nach hier hinten ziehen aber so war es eigentlich ehrlich gesagt nicht gedacht ich habe so viel vergessen ich dachte ja komm kernkraftwerk macht ja seinen strom selber oh mann hey einfach mal wieder nicht dran gedacht gut jetzt muss ich das das wasser hier rüber bringen das ist aber jetzt relativ schnell gemacht das ist nicht das problem dann muss ich das wasser äh da per priorität äh per ausgleicher priorisierer anschließen ähm was ist das für ein rohr das ist ein rohr für dampf das brauche ich nicht das habe ich vorhin das brauche ich nur drüben das können wir wegnehmen und ich könnte das ganze wenn ich spiegel wobei ich meine hier wobei doch hier muss jemand hinfahren das sind dampf das ärgert mich jetzt wenn ich das hier spiegelt ja gut dann wäre allerdings das hier auf der anderen seite dann hätte ich würde das wiederum nicht passen wenn das wasser ist die kleinste problematik das kann man hier zum beispiel wunderbar wunderbar durch drüber und vorbeilegen das wäre alles gar kein problem muss man nur kurz angucken wie es am sinnvollsten ist hier müssen wir natürlich noch hier muss ich noch säure anliefern da ist die frage ob ich das per rohr mache oder ob ich da doch erstmal vorübergehenden tank mache weil ich meine säure ist hier das wäre ein langes rohr bis hier rüber letzten endes werde ich es legen nur ob ich es jetzt schon mache zugang zum meer ist blockiert ach gott jetzt jetzt überlappen die zwei sich ok ja dann geht das natürlich nicht hier dann muss ich die wasserversorgung doch an die andere stelle setzen und ja gut hier zuschütten bringt nichts da habe ich keine ich muss hier zuschütten um meine turbinen hinzustellen definitiv und verkippungsgebiet hier machen hier raus ich kann ja eigentlich auch dem hier sagen muss ich noch hier kurz sagen dass hier auch das abgereicherte Uran das kann man auch verkippen ok Kompost verkippen kann den wieder aktivieren so und jetzt muss ich die wasserversorgung dann nochmal kopieren ok vielleicht 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 spiegel passt der tank nicht mehr hin spiegel passt der tank nicht mehr an wenn ich es jetzt hier hin platziere hier wird es so zumindest mal hin passen hier ist noch fahrweg drin jetzt könnte ich wasser hier rüber bringen weil hier muss natürlich schon jemand ran wenn ich das rohr nicht verlege sondern hier mit einem tank erstmal arbeite momentan habe ich echt keinen bock hier ein Rohr durch die Wallachai zu setzen wobei ich müsste ja nur hier unten rum hier rüber und hier bis zu den Rohren kommen dann könnte ich nämlich hier einfach A habe ich hier noch einen dritten Platz frei und dann könnte ich einfach anfangen auf diesem Wasserrohr zu laufen sofern ich hier hoch komme das weiß ich noch nicht zur Not laufe ich erstmal daneben und dann könnte ich hier oben drauf gehen hier hat man noch Platz und dann könnte ich hier auf Höhe 3 über dem Rohr entlang fahren ich könnte sogar hier abzweigen könnte ich hier runter fahren über dem über dem Getreide Ding gut hier wäre dann wobei doch sehe ich das richtig ja zumindest bis hier wobei ich könnte dann hier auf dem zweiten über dem über dem Eierband könnte ich dann entlang laufen bis ich hier bin an dem Tank und hier wäre dann hier wäre dann die Säure hier kann ich sie müsste ich die Rampe abreißen und eine größere machen wenn ich hier geradeaus weiter wollen würde aber ich glaube eher dass ich dass ich hier eine Abzweigung baue da ist nur die Frage wie würde ich denn hier dran vorbeikommen gar nicht gell das müsste ich dann mal gucken eventuell doch hier eine größere Rampe hin machen wobei eine Rampe bringt mir nichts ich will ja hier rüber kommen ja man muss viel überlegen beim Platzieren von so Zeug ich meine ich habe euch jetzt versprochen in der Runde das Kernkraftwerk zu bauen immerhin haben wir die Blaupause schon gestellt und das Spiel pausiert die ganze Zeit das ist doch immerhin schon mal ein Fortschritt damit die jetzt hier aber überhaupt mal arbeiten können muss ich mich jetzt entscheiden ob ich das so lasse weil dann muss ich nämlich die Rampe bauen das Wasser ist von hier schnell darüber gebracht und wenn ich dann hier die Turbinen hin baue ich denke das ist auch okay weil hier aufschütteln muss ich den ganzen Berg weg graben wenn ich hier was mache weil das macht so weniger Sinn Filterelemente könnte ich dann hier schon mal starten lassen und die können hier anfangen aufzuschütten dann werde ich allerdings hier hinten erstmal sagen dass nichts mehr aufgeschüttet werden soll so genau jetzt können sie nicht mehr der pausiert dann nicht dass die auf die ja weil hier fahren sie ja schon die Ersten die sind ja schon auf dem Weg gewesen dann sollen die das bitte mal hier vorne verkippen ich glaube ich lasse das hier jetzt schon mal bauen das lasse ich grundsätzlich so stehen Wasser Säure 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 ja Säure gehe ich hin hier weiß ich noch nicht ob hier irgendwas hinkommt ich meine Rohe kann man ja immer mal wieder umbauen und Alex schönen guten Abend Hi aus dem Bergbauer kein verfügbaren Platz und verkippen was denn was kann er denn nicht verkippen auch gestein ist fast voll dann verbessern wir das auch mal kurz ok dann komm dann lass mal laufen dass hier wenigstens noch ein bisschen Spiel-Action kommt so wir bauen das hier und wir bauen das hier alles und wir bauen auch das hier und das darf schon mal verlaufen oh schon der elfte Monat Menschenskinder vielen lieben Dank elf Monate bald ist es ja bald ist es ein Jahr ist jetzt nicht so schwer zu rechnen aber schon krass die Zeit vergeht mal wieder so Kohle muss allerdings voll gehalten werden da soll aber nichts abgeholt werden das und das wird ja aufgefüllt hier haben wir ja schon eingestellt hier soll nichts abgeholt werden und auch nichts angeliefert werden sondern die dürfen hier ab abholen dürfen sie hier so keine verfügbaren Bereiche in dem abgebaut werden kann ok alles klar das heißt hier haben wir jetzt den ganzen Sand schon abgegraben dann müssen wir hier neu einstellen so dann mal weg wie viel haben wir hier noch ok wir können einfach ein bisschen nach unten graben gut wenn wir gerade eh schon hier hinten sind dann gehen wir halt von hier hinten runter gehen wir mal keine Ahnung so ein paar Stufen runter und graben dann gerade so dann habt ihr wieder hier Mischer hat kein Rezept ausgewählt okay das ist natürlich blöd äh Filter Material mit Brech dann haben wir gearbeitet genau ok so genau und ihr kommt jetzt wunderbar hierher zum hier aufschütten genau die Bagger sind jetzt hier mit Kalkstein beladen und keiner holt den Kalkstein ab ist natürlich auch blöd dann werde ich der ist ja über den hier gesteuert ich baue hier einfach mal kurz einen hin was was von welchem sind denn die von dem hier ahja macht natürlich schon Sinn oh Gott wie viele Exportrouten hatten der habe ich den hä warum sind denn die alle eingestellt was soll denn der Rotz wer hat denn das eingestellt ich weiß ich spiele das Spiel aber ich kann mich nicht erinnern dass der das dass der das eingestellt hat hier die drei darfst du machen und du hast hoffentlich die eigenen drei hier oder ja er hat ja die drei was war denn das was ist das für eine Einstellung gewesen und du hast auch die drei oder ja du hattest die nicht so dann stelle ich auch das ein das machen wir schnell und hier soll nicht Sand sondern hier soll Kalkstein damit die das hier abliefern können genau so hier ist Kohle da es wird auch die ersten Sachen werden ok wunderbar läuft ist das hier eigentlich auch alles richtig eingestellt hier kommt Kies jetzt rein und hier kommt Brechssand rein ok und hier wird jetzt Stein zu Kies und dann Kies zu Brechssand ja ist das priorität mäßig richtig rum ne die müssen doch immer erst den Kies ver aber da gab es doch das letzte Mal ein Problem das ich im Nachgang dann noch geändert habe war hier nicht der Fehler muss nicht Kies auf Prio 1 hoch dass immer sobald Kies hier rein läuft und erst wenn kein Kies mehr da ist dann wird Brechssand dann wird das Gestein zu Kies verarbeitet oder ne da wird ja dann doch den hier blockiert wenn wie war das nochmal lass mal so laufen ich bin mir da nicht mehr ganz sicher auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal Kies hier kommt mehr Kohle und irgendwann wird dann hier der Brechssand gemacht ich meine der wird ja gerade gemacht Brechssand wird hier ausgefiltert und landet hier drin so das läuft jetzt beides rein und jetzt ist das voll gut dann macht er automatisch das normalerweise auf jeden Fall läuft jetzt hier erstmal alles rein und es werden die ersten Filter Elemente gemacht das ist zumindest schon mal gut das läuft so wie soll jetzt wird hier kräftig gefahren das bedeutet ich sollte hier hier auch eine Fahrzeugrampe bauen wo dann das Wasser aber in wir sind schon bei 32 Minuten ok verdammt wo das Wasser durchläuft und hier sollte auch die Sohle durchlaufen muss hier jemand hinfahren ich glaube nicht so hier läuft die Sohle doch gut dann war es eine sehr planende Folge wir sind extrem ausgelastet ich sollte vielleicht noch den einen oder anderen LKW machen ich sollte vor allem die LKWs jetzt langsam noch mehr umrüsten das habe ich noch gar nicht gezeigt ein paar sind jetzt umgerüstet wir haben mittlerweile 29 Wasserstofffahrzeuge wir haben allerdings noch 56 mit Diesel und vor allem die ganzen Bagger mit Diesel und wir haben große Fahrzeuge auch noch nicht da wollte ich auch noch was machen Bänder checken ok machen wir gleich wir sehen uns in der nächsten Folge bis dahin macht's gut tschau